Hi, ich bin Jenny, ich bin Junior-Bauleiterin bei Implenia und ich zeige dir heute, was ich so mache. Wir sind hier in der Lokstadt in Winterthur, wo wir neuen und nachhaltigen Stadtteilen entwickeln und bauen. Und das hier, das ist meine Baustelle, der Elefant, ein Bürogebäude. Als Bauleiterin bin ich sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Ich koordiniere die Bauarbeiten, sorge für die korrekte Ausführung und achte darauf, dass alle Termine und Kosten eingehalten werden. Außerdem bin ich für die Sicherheit auf der Baustelle zuständig. Derzeit koordiniere ich etwa 15 Gewerke, wie zum Beispiel der Schreiner, der Maler oder der Gipser. Bei so vielen Beteiligten ist eine gute Kommunikation untereinander das A und O. Das Tolle an dem Job ist, dass jeder Tag anders und spannend ist. Langweilig wird mir wirklich nie. Das war's eigentlich auch schon. Ich freue mich auf deine Fragen in den Comments.